Alli hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Star Wars die Skywalker Saga. Und zwar sind wir genau hier stehen geblieben. Ich würde sagen nicht lange schnacken, nicht lange warten. Ab geht es. Wir starten das nächste Level. Viel Spaß bei dieser Folge. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Eine simple Anlage. Aber sie dürfte ausreichen, um Luke Skywalker für seine Reise zum Imperator einzufrieren. Wir werden sie testen. An Käpt'n Solo. So habe ich mir diesen Deal echt nicht vorgestellt. Ich liebe dich. Er lebt. Er befindet sich im tiefsten Winterschlaf. Gut. Bringen Sie Käpt'n Solo zu Jabba, dem Hutten. Bereitet nun die Anlage für Skywalker. Tarissian. Bringen Sie die Prinzessin und den Wookie zu meinem Schild. Was haben Sie eigentlich vor? Ich gehe nirgendwo hin, bis wir Han nicht aus den Händen dieses Kopfgeldjägers befreit haben. Dann holen wir den Falken und halten ihn auf. Okay. Das habe ich mich auch schon gefragt. Was haben die hier vor? Du hast ein Schlossterminal gefunden. Besorge das Passwort, indem du das dazugehörige Schlüsselterminal... Naja. Gut. Ich habe kein Passwort gefunden. Hm. Ey. Weg mit dir. 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 Ja wohl. Genau so. Weg mit euch. Weg mit dir. Ja wohl. Hier noch mehr. Ich bekomme keine Verstärkung. Ja du bekommst keine Verstärkung. So. Ach sie kann... Ha A. Perfekt. Guck mal hier liegt doch direkt alles. jawohl sehr gut c3pu gehen wir hier ran okay wir wollen erst mal hier als zerstörung ich glaube ich kann doch okay ich glaube weiter kommen wir sowieso hier nicht kommen wir sowieso naja ja hier kann man nichts machen schade hier ist auch nichts doch wir können auch nichts machen seit dem weg irgendwie ja einschlagen aber für was weiß ich auch nicht es hat geschafft jetzt hat es geschafft ist dort noch etwas ja aber wie gesagt ja da habe ich vorbei Und jetzt? Hm. Ah! sehr gut sehr gut, damit habe ich nicht gerechnet machen wir weder hologram Lauft! wo geht es hier lang? Oh, okay Oh, komm raus Ey Ich geh zu euch Hier kommen wir doch rein, ne? Ja Unten, unten unten Okay Easy Das war mal einfach Okay Wo geht es denn hier lang? Lula Ah, komm Wie so im kreis gelaufen Oder? Oh je Hier geht es richtig zur Sache Nein Ja 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 Hm Hm Okay Hallo Kommen wir da ran? Ja Ja Zip Und Bam Jawohl Jawohl Ja 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 Danke 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 Ja 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 Zu spät Ja 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 Das ist gar nichts Okay Wir holen uns diese Schlüsselkarte zurück Hm Okay die und jetzt schmeißen wir diese imperialen mords aus unserer stadt oder gesagt ihr kriegt mich nie kriegt mich nie tja was war denn das ruhe öffnen aufnehmen ok wir waren natürlich schade keine verstärkung schnell zum falken was ist hier ja ich kann nur r2d zu holen schade kommen wir auch hier ja 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 hier kommen wir auch an ok ich glaube dafür war da für den rakenwerfer ja ja ist egal doch da muss a sebastian mensch egal wir sind jetzt komplett außen rum gelaufen doch hier ja sehr gut ich wusste dass wir es schaffen nichts zu sehen von dem kopfgeldjäger los zum falken wird nicht ausgefahren ich habe mich raten wir müssen verteidigen ja was kommt her das macht mir richtig spaß ihr guckt jetzt mal an jawohl kommt er mal 21 22 mal 25 oh das sieht sehr gut aus mit den steinchen mal 29 ich wohne noch nie mal 30 bekommen wir doch ein achievement oder so reichen mal 50 oder so kein multiplikator muss ja gibt es bestimmt da nein der multiplikator ist weg nein da ist einfach der 32er multiplikator weg und da wurden nicht nur gutgeschrieben da ist ja gleich kaputt ich weiß nicht was wir machen müssen ich glaube wir müssen ich weiß es nicht auch hier wohl und oh oh flieg rauf komm ich nicht rein fisch dich wo bist du wir bekommen besuch was ist mit dem los hallo nein pass auf warte warte chubi warte warte wir kommen wir kommen wir kommen warte 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 da bist du das kriegen wir ganz schnell weg ach komm auch noch ein paar lego steine steinchen jawoll jetzt können wir abhauen jetzt haben wir hier warra jedi geschafft jetzt fahren wir hier ab ja ja wir kommen wir kommen wir kommen oh 3 cpo hat kein kopf mehr wir haben eine c 3po ne entschuldigung bau das ist nicht meine schuld durch die macht dinge wirst du sehen fremde orte leer ich sah eine stadt in den wolken freunde hast du dort ich muss zu ihnen und deine fähigkeiten will der imperator das ist der grund warum deine freunde leiden müssen aber ich kann ihnen helfen ich fühle die macht oh nein jetzt werden wir es niemals da rauskriegen so dann haben wir dieses level natürlich auch geschafft und entschuldigung da ich gerade etwas eher ein anderes wort gesagt habe ich habe gesagt ich meine natürlich meine karte damit weil der hat hier randaliert und ich würde sagen wir haben das level abgeschlossen wir haben natürlich freiespiel freigeschaltet wir haben wir haben wir haben wir gerade so freigeschaltet also status bekommen dann haben wir keine herausforderung glaube ich geschafft doch eine hallo was haben wir denn da und überraschung ok und natürlich minikits haben wir 2 von 5 und charaktere und schiffe haben wir Han Solo als Schurke freigeschaltet Lando oder Lando als Schurke einmal Leia als Held oder Held und nochmal Leia und natürlich Boba Fett als Kopfgeldjäger und natürlich das Sternenschiff von Boba Fett Joach ich würde sagen soll ich etwas so großes bewegen Unmöglich ist immer alles für dich meine Worte hörst du sie nicht meine Worte hörst du sie nicht naja ich würde jetzt mal sagen ich würde jetzt mal hier dieses Let's Play beenden an dieser Stelle ich hoffe dir ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja dann lass mich das gerne wissen mit deiner Bewertung und lasst gerne einen Kommentar da und wenn ihr schon mal hier seid dann lasst doch gerne ein Abo da ja abonniert gerne meinen Kanal um keine weiteren Let's Play Videos oder keine Livestreams mehr hier auf YouTube zu verpassen ich habe alles gesagt euer Bastis Raus vielen vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ja ich würde sagen bis zur nächsten Folge von Lego Star Wars das Erwachende Wacht würde ich gerade sagen von Lego Star Wars die Skywalker Saga bis dahin macht gut euer Bastis Raus und ciao ciao bis zur nächsten Folge hier auf meinem Kanal ich hoffe dir hat es gefallen ciao ciao